Omi2NFT ist live und das müssen wir uns natürlich direkt einmal anschauen. Deswegen werde ich dir heute zeigen, wie du eine NFT kaufst und wie du natürlich auch eine NFT verkaufst auf dem Stacker Marktplatz. Und deswegen würde ich sagen, springen wir auch direkt rein hier einmal auf den Stacker Marktplatz. Und da sind wir jetzt auch hier im Stacker Marktplatz. Und falls ihr euch wundert, warum hier manche Sachen nicht laden, ich weiß nicht warum, mein Internet ist einfach gerade nicht so gut. Das liegt glaube ich nicht an Stacker an dieser Stelle. Wir schauen uns das aber mal an. Wir haben jetzt hier oben im Prinzip erstmal Latest Jobs, Latest Listings und so weiter und so fort. Wir können hier oben das Cover drücken. Dann können wir jetzt hier den Marktplatz durchsuchen. Und was man jetzt vielleicht auch schon sieht, wir haben hier den Stacker Floor, der wird hier in Omi bemessen. Und wir haben hier auch die Listings, die wir uns anzeigen lassen können. Und diese sind dann hier nämlich auch einmal in Omi, beziehungsweise einmal in den Dollarpreis umgerechnet. Das erstmal vorab. Dann sehen wir natürlich hier auch nochmal die Sales. Also was wurde hier verkauft. Zum Beispiel Grüße gehen raus in den Vivimeister. Der hat hier gerade zum Beispiel, ja, was gekauft. Ansonsten haben wir natürlich hier oben die Möglichkeit zu sehen, okay, wie viele Token haben wir denn gerade hier. Hier könnt ihr außerdem Token receiven oder auch senden. Ansonsten haben wir natürlich auch hier oben die Möglichkeit, unser Profil anzusehen. Hier können wir das Vault anschauen, Listings, Transactions und auch die Settings. Jetzt wollen wir uns aber anschauen, wie könnt ihr ein Collectible kaufen, beziehungsweise verkaufen. Und dazu springe ich mal hier in die Listings. Denn hier können wir nämlich jetzt mal schauen, ob wir ein Collectible finden für das Amount of Omi, was ich jetzt hier habe. Das sind ja, ich habe mir das gerade nochmal angeschaut hier, das sind derzeit 3.800. Also suche ich mal ganz kurz ein Collectible raus, was jetzt hier 3.800 Omi kostet. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, und ich habe jetzt hier ein Collectible gefunden und zwar nämlich die Luna New Year Rabbit Postcard Briefmarke. Und die klicke ich jetzt hier einfach mal an. So, dann bekomme ich hier erstmal alle Listings, die momentan sowieso verfügbar sind für dieses Collectible. Und dann sehe ich hier auch schon zum Beispiel Owned. Dazu gleich nochmal mehr, was das konkret bedeutet und was das für euch auch für eine Rolle spielt. Und dann können wir hier im Prinzip einfach sagen, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel diese Mint hier kaufen. Dann klicke ich auf Buy Now. Dann müssen wir uns natürlich auch erstmal verifizieren. Das heißt, wir müssen uns mit unserem Vivi Account verknüpfen, damit natürlich auch Stacker hier Vivi dann im Prinzip die Bestätigung senden kann. Und sagen kann, hey, der User hat sich hier auch wirklich eingeloggt. Das ist im Prinzip ein Session Token, nennt man das. Und damit wird dann im Prinzip Stacker autorisiert, hier dann auch diese Transaktion durchzuführen. Also, das heißt, relativ sicher an dieser Stelle auch, jeder, der hier im Prinzip eine Transaktion machen möchte über Stacker, der muss natürlich auch die entsprechenden Userdaten von seinem eigenen Account wissen. Ich mache das mal ganz kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, den Code habe ich erhalten. Ich confirm das Ganze natürlich direkt. Und, ja, jetzt können wir im Prinzip hier das Gesamte dann kaufen. Das lädt jetzt einen kurzen Moment. Wie gesagt, mein Internet ist leider gerade nicht allzu stark. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das Gesamte zu kaufen. Wir klicken auf Buy Now. Hier sehen wir nochmal eine Auflistung. Was ist der Preis? Wie viel ist hier der Vivi Floor Preis im Prinzip? Und dann sehen wir hier auch nochmal die Differenz im Prinzip minus 739 Ohmi. Dann klicken wir auf Continued, kriegen hier nochmal eine Zusammenfassung, wie viel wir jetzt schlussendlich bezahlen und wie viel natürlich auch hier dann an Success Fee anfällt. Wir drücken dann hier unten natürlich dann auch noch die Bestätigung an, dass wir den Terms of Conditions von Stacker und Vivi zustimmen. Klicken auf Buy Now und das Gesamte wird jetzt dann hier abgewickelt. Und ich habe es eben tatsächlich auch schon mal im Vorfeld getestet. Das hat bei mir in etwa drei bis vier Minuten gebraucht, bis das Collectible nach dem Kauf dann auch wirklich in der Vivi App verfügbar war und einsehbar war. Also meiner Meinung nach wirklich äußerst schnell und unkompliziert. Und ihr seht es jetzt auch schon, wir haben jetzt hier Close Window. Also die Transaktion wird jetzt hier gerade abgewickelt. Pending Vivi. Man kann das natürlich alles nachverfolgen. Progress 30%. Man kann das hier wirklich wunderbar einsehen. Und jetzt haben wir im Prinzip das einmal durchgespielt. Wie kann ich eigentlich ein Collectible kaufen? Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie kann ich denn eigentlich ein Collectible verkaufen? Und dazu können wir tatsächlich auch hier schon in diesem Bildschirm bleiben. Ihr könnt nämlich jetzt einfach hier auf Owned gehen. Oder natürlich auch dann hier oben unter Vault unter das entsprechende Collectible. Und dann hier sagen, okay, wir sehen jetzt hier zum Beispiel die entsprechenden Collectibles. Ich möchte dieses Collectible hier für OMI-Token verkaufen. Dann kann ich jetzt hier sagen, natürlich, okay, ich möchte dafür 3500 OMI-Token haben. So, dann müssen wir das Gesamte hier noch einmal bestätigen. Wir müssen das Confirmen und im Endeffekt wird die Listung jetzt hier direkt abgewickelt. Und an dieser Stelle, ja, ist das jetzt sozusagen hier drin. Wir können natürlich jetzt auch hier die Listings direkt einsehen. Hier sieht man dann auch schon direkt hier, wird mein Listing jetzt auch mit eingefügt. Das Gesamte ist hier auf jeden Fall jetzt Floor Differenz 40%. Und wir können hier jetzt auch wiederum das Listing rausmoven, wenn wir das wollen. Wenn wir uns doch umentscheiden, das Collectible hier nicht drin zu lassen. Also auf jeden Fall relativ simpel, relativ einfach meiner Meinung nach hier mit der App so umzugehen. Und das war es jetzt an dieser Stelle auch schon mit dem gesamten Video. Wenn ihr euch nochmal ein umfangreicheres Video wünscht, wie ihr OMI-Token hier dann auch auf Stacker bekommt, dann schreibt mir das auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, auf jeden Fall lasst ihr im ganzen Video sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dann, euer Captain. Ciao, ciao.